ja hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge fortnight short clips actions mit den streamern ja nur ein paar szenen die ich mal so eingefangen habe während dem ich ja geguckt habe wie die leute auf den daily shop reagieren ich lasse es jetzt einfach mal für euch laufen auf geht's ich spule das jetzt mal vor wisst ihr was mir gerade eingefallen ist könnte richtiges clickbait video machen die szene aus filter tower wo ich so rein laser kurz und dann ebenso gleich diesen bildschirm aufplom als intro mein gott wird gebannt richtig rein klick beten richtig die richtig richtig den vater rausholen von clickbait da grenzt er sich ein ab klick beten will er klick beten schauen aber das dann tatsächlich auch gemacht hat keine ahnung jetzt kommen ein paar action clips uh there's dudes was it's the same guys yeah one down yeah he's got it no second chance for him no second chance yeah oh the guy is the teammates in the little thingy in the chest the hole ok 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 go to the stones there's some shit ok 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 go 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 to the stones there's some shit ok ja nades spotter shooter man down was ein snipe alter mein lieber johnny hey Nooo, you got the kills! You're trolling! Thank you for playing the Ravage, what is it called? The Ravage is back. People keep playing the Skull Troopers. Yeah, they're just trying to, they're just trying to jump in. Yo, thank you for playing though, I'm going to watch some football. GG, till next time Jack. Bye! Yo Justin, thank you for too much baby. Stay down! Stay down! They're exploding you guys. Nice dogloss. You're drunk right now, man. Dogloss, all the guys got no shields. He's 60 health. Down low. They're getting rezzed. They're rezzing the other dude I think. Knocked one. Let's go boys! Hey, clean! 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 Is that really what I'm doing right now? In those past three fights, I knocked three people and you get a single kill. So, das war's jetzt hier von den Short Clips für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ja, schreibt was in die Kommentare. Was meint ihr? Hat er den Clickbait gemacht oder nicht? Müssen wir dann echt mal schauen. Ja, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und schaut uns jetzt mal wieder an, wenn es wieder heißt Fortnite Action mit dem Herrn sofort oder hier eben mit den Streamers. Macht's gut, bis dann und tschüss.